Spart man tatsächlich so viel Geld, wenn man von Leuchtstoffröhren auf LED-Technik umstellt? Ich bin hier im Studio von Coach Steph und an diesem Beispiel rechne ich euch mal vor, was man im Jahr einsparen kann, wenn man das hier als normales Fitnessstudio betreibt. Und wie immer, bevor es losgeht, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, let's go! In dem Fall hier haben wir 17 Stück von diesen Leuchtstoffröhren a 58 Watt und dann rechnen wir jetzt mal, wie ein normales Fitnessstudio eigentlich auf hätte, von 6 bis 24 Uhr, das sind 18 Stunden am Tag und das rechnen wir dann jetzt hoch aufs Jahr, was Stand jetzt diese Beleuchtung hier verbraucht. Wir rechnen 17 mal 58 Watt, dann sind wir bei 986 Watt, das teilen wir durch 1000, dass wir auf Kilowatt kommen, jetzt haben wir 0,98 Kilowatt, den wir eine Stunde verbrauchen können. Rechnen wir mal 18 Stunden Öffnungszeit, dann sind wir ungefähr bei 18 Kilowatt, die wir am Tag hier verbrauchen und das Ganze nehmen wir jetzt mal den Preis, den wir momentan pro Kilowattstunde bezahlen, rechnen wir es ein bisschen hoch auf das, was wir vielleicht jetzt noch an Erhöhung bekommen. Hier zahlen wir um die 30 Cent, wir machen es jetzt mal mit 50 Cent, um das zu veranschaulichen, wenn es nachher weniger ist, ist es ja gut, aber dann haben wir hier eine runde Zahl, mal 0,5, dann haben wir circa 9 Euro am Tag und das mal 365, liegen wir bei circa 3230 Euro, das wir hier für diesen kleinen Teil vom Studio verbrauchen. Wohlgemerkt, das ist nicht das ganze Studio, wir sind hier nur bei 17 Leuchtstoffröhren, hier an dem anderen Teil, wer das Studio kennt, das ist normal dreimal so groß, also kann man diesen Verbrauch eigentlich schon auch mal drei rechnen, da hat man bei der Fläche von Fitnessstudio circa 10.000 Euro Kosten. Aber wir betrachten jetzt mal diesen Teil, 3.200 Euro und schauen jetzt im nächsten Step, wenn die neuen Lichter dran sind, was das Einsparpotenzial ist. Und dann machen wir jetzt Zauberei. Tada, so sieht es jetzt neu aus, super Beleuchtung, super Licht. Und jetzt hier nochmal der direkte Vergleich nebeneinander, alt versus new, es ist echt verrückt, wie geil das aussieht mit einem neuen Licht. Mal nebensächlich von dem Stromsparaspekt, dass man hier bares Geld sparen kann, auch der Look und wie das neue Licht wirkt, ist echt bombastisch, mega. Wir haben hier verbaut solche Modulträger und dann diese Modulteile von der Firma Widi auf der Stufe 2 und haben hier dann 4.900 Lumen bei 33 Watt pro Modulteil. Und im Gegensatz zu vorher haben wir jetzt 16 und nicht mehr 17 Modulteile, beziehungsweise vorhin dann Leuchtstoffröhren. Da hat eine Leuchtstoffröhre 58 Watt gehabt. Und jetzt sind wir, wie gesagt, bei 33. Wir haben 16 Modulteile mal 33 Watt. Dann sind wir bei 528 Watt, die wir in der Stunde verbrauchen können. Teile das durch 1.000, dann sind wir bei Kilowatt, sind wir bei 0,5 Kilowatt in der Stunde. Rechnen es für einen Öffnungstag mal 18 Stunden. Dann sind wir bei 9,5 Kilowatt pro Öffnungstag. Rechnen das mal 365 für das ganze Jahr. Dann sind wir im Jahr bei 3.468 Kilowatt. Und den Dreh multiplizieren das mit einem Faktor von 0,5 für 50 Cent pro Kilowattstunde. Die Preise steigen. Ich hoffe natürlich nicht auf 50 Cent, aber das, um mal das zu veranschaulichen. Dann sind wir bei einem Jahresverbrauch von 1.734 Euro. Das heißt dann gegengerechnet, alt gegen neu, sparen wir circa 1.500 Euro im Jahr. Das heißt bei einem Invest, je nachdem welcher Handwerker, welche Handwerker es anbietet, welches Material, das ist natürlich nicht jetzt in Stein gemeißelt, sind wir bei circa 6.000 bis 7.000 Euro in vier Jahren wieder drin. Und danach sparen wir bares Geld. Ich hoffe jeder oder jede, die einen Laden oder ein Fitnessstudio oder was auch immer hat, rechnet auch ein bisschen in die Zukunft. Nicht nur von Jahr zu Jahr, weil wenn man dann ins fünfte Jahr geht, kann man tatsächlich viel Geld sparen. Und 1.500 Euro im Jahr ist viel, das man dann in der Kasse hat. Und das Ganze lohnt sich nicht nur für ein Fitnessstudio, wie hier in dem Fall. Das lohnt sich für alles Friseurladen, Zahnarztpraxis, Arztpraxis allgemein. Egal, wer ist für ein Laden, wo sehr lange Licht brennt am Tag. Auch, mal stellt sich mal vor, ihr müsst mal in ein Modegeschäft gehen und schaut mal an die Decke, wie viel Beleuchtung da hängt. Das ist echt brutal. Ich blende euch hier mal ein Bild ein. Ich war mal letztens in einem DM-Laden, da waren gefühlt über 300 Deckenspots an der Decke. Also da spart man dann nochmal viel, viel mehr Geld. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet den Eindruck gewinnen, wie viel Geld man sparen kann, wenn man von Leuchtstoffröhre auf LED umsteigt. Und jetzt, wie immer, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, bis zum nächsten Mal. Tschüssle, ich pumpe jetzt noch ein bisschen. Tschüssle, ich pumpe jetzt noch ein bisschen.